halli hallo hallöchen ich wollte mich mal wieder bei euch melden und zwar um meinen gesundheitszustand mitzuteilen und zwar wie die meisten mitbekommen haben habe ich ja vor kurzem eine operation gehabt an der halswirbelsäule und jetzt ist schon samstag war mal der stream ausgefallen weil ich noch nicht sitzen kann so lange und ja das hat sich eigentlich auch noch nicht viel verbessert ich kann so eine halbe stunde kann ich sitzen also so ein let's play aufnahme das geht aber viel mehr geht denn ich noch eine halbe stunde muss mich dann erst mal wieder hin legen ja sonst geht es aber eigentlich ganz gut es wird immer besser habe ich das gefühl und ja demnächst werden wir wahrscheinlich auch wieder live stream machen so haben wenn ich da ein bisschen länger sitzen kann so zwei stunden wäre schon nicht schlecht damit das überhaupt was wird oder man überhaupt den sinn ergeben würde live stream zu machen weil unter zwei stunden finde ich ist ein bisschen wenig ja sonst was gibt sonst ich versuche jetzt mal ein bisschen noch mehr in mein programm reinzunehmen also vielleicht nicht bloß ein video am tag vielleicht mal jetzt zwei ich sag ja halbe stunde kann ich sitzen dann kann ich ab und zu mal was aufnehmen und flieg machen und schaffe ich vielleicht zwei videos am tag und ihr habt dann ein bisschen mehr zum gucken ich hoffe euch gefällt ich wünsche euch noch was und ja ich möchte mich demnächst wieder macht es gut bis denn dann tschau tschau